Lang ist es her, doch endlich wieder Boss-Time in Dark Souls, liebe Freunde. Wir ziehen diesmal regulär gegen Manus in die Schlacht. Und dazu schmeiße ich mal innere Kraft an. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, landet man unten etwas weiter entfernt von Manus. Deswegen möchte ich da erstmal sofort die Zielflug-Kristallseelenmasse aktivieren, auf ihn zurennen und dann hier mit der lustigen Träne mal gucken, ob ich den im Nahkampf wegbolzen kann. Ich warte hier einen Moment. Ich möchte nämlich sofort im roten Tränen-Steinring-Modus sein, um richtig bursten zu können. So sieht mein Plan aus. Mal gucken, ob ich den auch so durchführen kann. Ich glaube, wir sprinten jetzt mal los. Oh Gott, ich werde sowas von sterben. So, ich hämmer jetzt die Taste für Kristallseelenmasse und switche direkt auf die finstere Träne. Jetzt ausweichen, Alter. Ich muss hinter ihn. Träne. Gut, das macht ordentlich schlauend. Noch eine Träne. Und mal ganz fix hier wegrollen, damit er mich mit seiner Siffel nicht trifft. Und noch eine Träne. Und BÄM! Alter! Wie geil ist das denn, bitte? Oh Mann, ey, schnell eine Bulle hinterher. Ja, Prost! Yay! Alter, der Zauberer rockt das Haus. Yay! Alter, wie cool ist das denn? Yay! Mir fehlen ein wenig die Worte. Leute, Gott, wie hektisch und schnell. Aber was für Schadenzahlen man da rausknattert. Das ist ja einfach fucking unbelievable, wenn man das mal so sagen darf. Alter Schwede. Ja, danke nochmal für den Hinweis oder für den Tipp, besser gesagt, dass hier finstere Träne wirklich der absolute Knallerzauber ist. Wenn man da mit aller Aufladung das Ziel trifft, das macht ja noch mehr bombastische Zahlen. Vor allem dann mit innere Kraft und roten Tränen-Stein-Ring-Modus. Alter Schwede. Einfach mal den guten Manus weggeburstet. Den schwersten wahrscheinlich Boss hier im ganzen Spiel. Also ich glaube, ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Außer, Kollege, Kalamit müssten die anderen jetzt ja echt so im Bereich des One-Shots sein. Damit dürften die One-Shot-Challenge dann ja quasi eröffnet sein. Bin ich ja mal gespannt, wie sich das hier weiterentwickelt. So, skillen wir mal. Ich glaube, ich skille mal ein bisschen weiter in Intelligenz. Ich möchte ja noch irgendwie auf 50 kommen. Das ist auch das Maximale für den Catalyst, den ich gerade benutze, für den Zinnbeschleuniger. Viel mehr lohnt sich da halt nicht. Plus ich könnte dann den Drachenhau weiß noch benutzen. Deswegen gehe ich mal da tatsächlich, glaube ich, auf 50. Dann haben wir das und dann müssen wir da auch nicht jedes Mal drüber nachdenken, ob wir könnten, sollten oder wollten. Und wir machen das einfach mal. So, ich stimme mal meine Zauber anders ein. Alter Schwede, ey, was ein Kampf. Holla die Waldfee. Ja, ich glaube, ich nehme mal hier wieder den großen Knatter-Sperr. Ich frage mich gerade, warum der nur 10 Aufladung hat. Ach, weil ich den Ring, glaube ich, noch nicht drin habe für die doppelte, also für die normale Aufladung. Und durch den Catalyst halb jetzt sich das verstehe ich. Gut, packen wir hier die beiden Flugmassen rein. Und dann packen wir hier nochmal den Sperrmoped rein. Und dann packen wir da nochmal die Träne rein. Die möchte ich nicht mehr missen. Hab dich lieb gewonnen. Toller Zauber. Alter Schwede. Gott, ey, hat mal jemand auf die Uhr geguckt, wie lange der Kill war? Das kam mir verflucht kurz vor. Oh Mann, ey. Gut, packen wir hier mal wieder den Das-Korken-Ring rein. Dann haben wir nämlich wieder halbe AP und doppelte Zauber. Und jetzt kommt noch der, ähm, ja, weitere Teil. Wir haben ja die Seele von Manus erbeutet. Ja, ist ja alles untergegangen hier im Gejubel. Und damit können wir jetzt entweder einen Catalyst schmieden, der nicht so toll ist, oder wir können uns einen weiteren Zauber abholen. Und zwar bei Snuggly der Krähe. Dazu müssen wir natürlich erstmal ins Krähen-Nest. Und da müssen wir wieder ins Anfangsgebiet, also ins nördliche Asyl der Untoten. Und das funktioniert auch wieder nur hier über dieses Krähen-Nest. Dann müssen wir einmal hier wieder diesen Turch, äh, Turch, äh, Bäh. Diesen Turch-Hoben, ne? Turch-Hoben. Wisst ihr, was ich sagen will? Turch-Hoben. Turm hoch. Alter Schwede, Sprachgicht. So, einmal hier bitte zusammenrollern und mich dann mal mit dem, äh, iExpress wegfliegen. So, jetzt wisst ihr, warum ich nach dem Bosskampf immer eine kurze Pause einlege. Weil ich da immer so voll mit Adrenalin und hibbelig bin, dass ich kaum mehr sprechen kann. Großartig. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt hier an diesen kleinen Moppet-Männern. Das wäre natürlich wieder die Jakobs-Krönung. Aber noch sind sie friedlich und lassen sich einfach abschießen. Das finde ich ja gar nicht mal falsch. Dann können wir nämlich jetzt mal ganz kurz mal hier ins Nest gehen. Das war auf der anderen Seite, das war hier. Und dann kann ich da mal Manos Seele hinlegen. Ja, ja, laber nicht. Ich geb dir gleich Seele. Ich geb dir nicht warm und weich und, äh, sondern ich geb dir Seele. So, Moment mal. Da gehen wir mal ins Menü und gucken mal, wo haben wir denn das Manos-Ding da. Seele von Manos. Zack. Und ablegen. Ja, haben wir ja nur eine. Okay, dann gehen wir mal hier vorsichtig weg. Nicht, dass wir hier gleich runter plumpsen. Und, äh, damit wir den Handel hier komplett machen können, müssen wir jetzt einmal das Spiel verlassen und re-loggen. Das machen wir einmal mal. Ah, ich komm immer noch nicht drüber weg, ey. Wie krass der Zauberer doch ist. Wie viel Schaden der in so kurzer Zeit rausbolzt. Das ist echt unglaublich, ey. Holla, die Waldfee, kann ich da wirklich nur sagen. Also, hätte ich echt nicht gedacht. Und die Träne, wirklich auch, wenn die alles trifft, unglaublich. Wie gesagt, mir fehlen da ein bisschen die Waffe, also so overpowered. Aber, muss ich doch gestehen, auch wenn's irgendwie ein bisschen simpel ist, macht's schon irgendwie Spaß. Das hat, äh, so schnell und mit so großen Zahlen zu sehen. So, hier ist jetzt unser Säckchen. Packen wir mal ein. Und da kriegen wir Verfolger. So heißt das Ding also auf Deutsch. Verfolger. Gut, das klingt jetzt ja wie eine weitere Form der Seelenmasse, nur halt mit diesen Dunkelzaubern, die halt mit Stärke noch zusätzlich neben Intelligenz skalieren. Also, das heißt, äh, wenn ihr da das Maximum rausholen wollt, hab ich ja schon mal erwähnt, müsstet ihr jetzt auch noch Stärke auf 40 pushen oder, was weiß ich, zumindest auf 28 bis 30 oder so, wenn ihr halt eben ein Strengthsbild dann mit noch spielen wollt, was relativ eigentlich sinnfrei ist. Aber für die Zauber wird es sich halt lohnen. Ich mach's an der Stelle aber nicht. Äh, wie gesagt, ich werd dann neben Stamina, also neben Gesundheitspunkte danach, noch eben den grünen Balken, sprich die, äh, Stamina halt pushen, äh, Kondition. Und, ähm, was? Warum hat jetzt Framp was gegen mich? Wieso kann ich nicht der Auserwählte sein? Das hab ich jetzt nicht ganz verstanden. Hab ich irgendwas gemacht, was dem nicht gefällt? Ah. Komisch. Egal, packen wir mal. Wieso kann ich den da nicht reinpacken? Hab ich noch nicht die nötige Intelligenz? Doch, der Ding brauchte nur 32 Intelligenz. Ach, es braucht zwei Slots. Alter, wie schlecht. Ja gut, dann muss ich ja was anderes hier nochmal wegmachen. Und, ähm, jetzt muss ich den mal reinmachen. Ich will den ja erstmal nur testen. Ach, da braucht dieser Moped-Zauber gleich zwei Slots. Ja, dann muss ich ja auch nochmal weiter in, ähm, Zauber-Reis gehen, damit ich noch einen Slot bekomme. Das hab ich ja gar nicht eingeplant, dass er zwei braucht. Wie eklig. Bäh. Naja, gut, gucken wir erstmal, was das denn kann. Drücken wir mal hier auf den Knopf. Ach, wie süß. Jetzt hab ich so kleine Mini-Menschlichkeit um mich rum. Und die verfolgen das Ziel. Ja, macht dem Namen ja alle Ehre. Also, gut, Schaden kann man natürlich jetzt pauschal nicht sagen, ob der gut oder schlecht ist. Das wird ja wieder nicht angezeigt, richtig. Aber es sieht schon, äh, beeindruckend aus und klingt auch nicht falsch. Eigentlich ziemlich cool, das Ding. Aber nur drei Aufladungen. Ja, jetzt ist die Frage, wie viel hat das Ding denn, wenn ich, ähm, den Ring rausnehme? Also, für drei die Hälfte wäre 1,5. Aber 1,5 Zauber kann ich nicht haben. Habe ich dann zwei oder ein? Das wäre natürlich auch nochmal interessant zu wissen. Das muss ich mal ausprobieren. Ähm, ja, ich überlege. Ja, Color Meet steht jetzt auf dem Programm, ne? Und ich sage, bis dahin.